Ja, Calimera wieder einmal und calo calo care. Es ist der erste Juni, ist vorbei. Der Sommer hat begonnen, auch der, wie heißt es jetzt, meteorologische. Und man merkt es auch an den Temperaturen. Es war so etwas regnerisch die letzten Tage. Ja. Ich bin auf den Gedanken gekommen, wieder mal ein Video zu machen, weil ein Kommentar da war, wann man wieder was von mir sieht. Ich war sehr beschäftigt in den letzten Wochen, um nicht zu sagen Monaten. Ich habe meine neue, alte Liebe, die Musik wieder gefunden. Ich habe mich da auch ein bisschen ausgerüstet und mache jetzt, produziere Mixes und Digi-Sets und so Sachen. Ja, falls wen interessiert, da unten mache ich einen Link in die Soundcloud. Da kann man sich anhören und kann jeder sich anhören und selbst entscheiden, ob es ihm gefällt oder nicht. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sommer. Mal sehen, puh, da ist jetzt was Mächtiges gesprungen, da unten im Meer. Mal sehen, wie der Sommer wird. Wie gesagt, zur Zeit ist er zwar schon da, aber noch nicht so wirklich. Ich bin wieder bei meinem Kirchlein, wo ich jeden Tag nach wie vor mit meiner kleinen Bo da hinten hin marschiere. Und ja, noch einmal einen kurzen Blick Richtung Sonne und Richtung Meer. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Ach ja, wir hatten Pfingsten jetzt, das Wochenende. Hatten wir Pfingsten hier. Der Heilige Geist hat uns alle erläuftet. In diesem Sinne, schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Jasas.